hey ja hier ist der stoppe ich bin der deep star und ich heiße willkommen rocket league diesmal als event für heute das winter breakaway das ist quasi ice hockey mit ice hockey thorn ja das heißt nicht hohe an der wand sondern drin also man kann nicht so einfach muss also das vernünftig machen die treffen und so das ist ganz leicht er hat mir auch dafür neue eventen sprechen neuen dingens genutzt war ein neues voran nur in der krieg und ich halte nabe das ist noch eins bei mittler als diesen freies ist aber nicht so einfach und ich werde mit 0 0 gerade das hätte fast ein tor gerecht alle halt nicht ehrlich dann das wird wir haben trotzdem zu machen weil der buch er mal raus muss jawohl da geht nur den pfosten oder gut super aber immerhin mein assist war das als neu so er trägt aber meine hoffen wo man hoffen hier er war egal wo du steckt hier kann die richtung irgendwie abgeblockt noch okay er geht daneben was gut was denn da bringt doch so nix okay wir haben kein boost das nicht erst nicht alle römen wie man weg oh nein aber auch falsch eingeschätzt aber auch falsch eingeschätzt eben man sagen ja es geht immer noch 1 0 für uns oder an den pfosten ach ne das war habe ich realisiert dass der da ist nein nein auch ärgerlich heißt da kann ich auch nicht mehr hin das ist halt sehr schwierig das ist ein bisschen ein spiel aus noch mal ein boost holen nach wo ich auch noch erwischt weil ich noch ein doppelpacker nicht also jetzt kann ich wahr sein was ist noch passiert ich habe mir letztendlich kein klick aber noch nicht angeht jetzt bin ich jetzt kann ich ja hey warum weil mit k.i. genau wie bisher meines teams allein ist noch nicht so schwierig und sie ganz allein in regeln da kommt natürlich überhaupt nicht dran super könnt ihr natürlich machen was wir wollen naja haben wir uns verdient haben unser kämpft ist auch also ich will nur im spiel so schwer alleine ich will doch noch ich will doch noch die spiele super haben gewonnen alleine jawohl gegen KI mit KI meine ich ja das nehme ich gerne mit dankbar naja haben wir uns ja gut verdient wir machen so nächste Partie natürlich immer wieder den selben Modus machen wir heute nur bei Special Events machen wir nur zu tun weil die uns halt nicht beschränkt ist das war richtig doof ich muss ja ich muss gegen blau ne ich spiel auch blau ok ich denke da ist wir müssen da irgendwie das weiter kommen lassen wir müssen da kommen lassen aber ja wieder Team-Mates aber nie gelaufen nicht richtig erwischt oh der war so richtig noch gut gewesen fast den hab ich fast weggeworfen den hab ich fast weggeworfen ja das bringt ja nix dahinten bringt mir ja nix dahinten ne oh der habe ich jetzt zu langsam also war ich zu lange das 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 ha hab ich den nicht weggehauen hm hm na ne ja und ja ich voll verkalkuliert ey was war das denn weil mich irgendwie jetzt verdrückt mein Pech haben jeden fall verdrückt ich wollte eigentlich spielig hier drauf gekommen ja das passiert natürlich auch ganz gerne wird das im sommer auch noch die sienten ausgültelung von live team sammelt da kommen noch niemals und wir hier in einen guten torschluss hätte ich nicht was reingegangen wäre aber ja wenn ich den ball hätte haben könnte mache ich nichts damit ja das ist dieses viel habe ich da natürlich nicht darauf achten sollen aber doch mal zugeschlagen aber doch mal zugeschlagen mit dem 1 0 also aber ich frage sie wartet und zugeschlagen du musst halt laufen da kommt leider nicht oder nicht passen ach wollte ich anders spielen ich wollte denn ja 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 wir hinten das spielte ich halte mit einem tor meistens ist halt deutlich ich hab das ja gesagt dass eigentlich im modus die man mal so machen können aber nun ja da hast du ja keiner hat kann ich dir nie mal naja und eindeutig dritten des spiels gehalten nicht gewonnen gemacht wieder gewonnen ist also auch keiner weitermachen direkt der nächsten runde würde ich sagen so nächste runde der sparte ja in der neuen gruppe angeht er wechselte ich auch für jedes spiel die gruppe ob man kann kann haben wir über vom anderen der partie es hat euch sechs reich wir noch mal geklickt und noch mal sagen ja es ist nicht schwieriger weil ich selber tun die machen nämlich nicht weil du halt immer die sparte mit hast die heute hier umspielt die könnte passieren also kann ich clever von mir aber ja hätte auch haben können eben den ball hätte ich hätte ich besser antizipiert ist ihnen heißt sie wieder umspielt worden wenn ich nicht wollte ich sicherlich gedacht dass wir nehmen wollte er wollte auch anders treffen aber hat nicht ganz funktioniert aber bei dem sie bei der bronx ist das tatsächlich farblich und unabhängig ob du jetzt blau oder spielst oder rot tatsächlich ist das identisch ich will wieder auf unsere chancen warten das ist heute unser fahrze ok das ist ja wieder so ein spiel am tor machst du den ganzen spiel ist wieder mit am tor das heißt weil ich da konnten das nicht vollenden diesen ist solo also was macht ja das war ja das 1 zu 0 heute wieder 1 zu 0 spieler hier erst wie auch die auch vor dem auto also auch am puck oder nur abgefällt von dem kollegen er gar nicht mal muss das auch irgendwo Ah, ne, die wirklich nicht hier, wisst du, gar nicht, oder? Ah! Nein! das heißt da habe ich fehlern gemacht hätte ich haben müssen habe ich bin wie er hat abgeblockt der ablocken können aber nicht getroffen leider und deswegen jetzt 1 1 da ist ja wo ist er nicht daran gegangen ja die verlängerung nicht viel also sein passiert so was ungewöhnlich ist aber wie sowas zum beispiel dass ich den voll verpeile verlängerung wir halten aber ich habe nicht mehr mitgemacht ich habe nicht mitgemacht aber never ever so an der kommt das ist heiße erwarten aber nicht die gute gelegenheit wenn ich mir so flüssig war bei den pfosten leider leider auch klar auch wie war ich wieder da geht es doch oh oh Gott ach man hat wieder alle blockiert man ich konnte nie nach links ach so das ist die engel ich glaube ich werde ich da waren und das tornie machen bei die halt ne also ist die ganz dicke chance gibt es hier im golden gold also gold punkt ist das ja in dem volk ha 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 was war denn das ey wenn der reingehendet hat ein cooles tor dann geht Dexter dann fällt mich so heftig ab ja also wir haben echt probleme hier also wir haben echt dickere chance als wir nur so sagen dann kann ich mehr gedauern was soll eigentlich einer war Das war mein Fehler, mein Fehler. Oh, das ist ja so eine Situation, ich muss wieder in Richtung Mensch zuschlagen, damit ich das vormachen kann. Den ich gekriegt hat, ist bitter, aber Tor für uns, Sieg, kann man so nehmen, so ein paar Minus weiter geworden, naja, egal. Die Leute haben die Parade auch gemacht, deswegen hat er mehr Punkte gemacht, aber naja, egal. Wir haben ein Tor gemacht und eine, dann machen wir weiter mit der nächsten Runde. Nächste Partee! Nächste Partee! Oh, das war... gut gemacht. Hätte er den besten Winkel gehabt, da hat er mich... alles okay. Okay, so jetzt, nur 0 Punkte. Mal den Pfosten, nur sehr bitter, ey. Mal den Pfosten, bist du da so? Mal den Pfosten. Ah! Ach man, wann senkt du hier im Arsch? Was soll das denn? Also, ne Winkel, nicht getroffen. Hm. Ich hab mich mal getroffen in meinen. Ach! Ich hatte... Was hat der einen gemacht, der eine? Warum bin ich da losgefahren, warum bin ich da hin? hätte nicht mehr gekriegt ab das leider verpeilt das war ja nie mein spiel man kann nicht immer gewinnen man kann nicht immer alles reißen aber wieder mal ein ob die trüse vor machen das war ja da braucht sich braucht niemand anderen war der gut reingebracht so länger aber wenn jetzt ja alles klar ohne ja aber sogar auch im klaren also dass ich mir aus bei 1 2014 machen die marie macht also drei gemacht schade noch mal meine baumann reingabe also direkt engel ball hat er gehabt ja die punkte ich gehe auch nicht so gut hin ich gehe auch nicht so gut hin das war nicht wo er war die kann immer rückwärts fahren das wieso ist gelaufen also die muss drei tore auf sohn ist nur hart einfach am normalen weil hier ist das nicht schwierig jawohl immer noch eine vorlage abgegeben das sieht gut aus ja oh immer tor wird mir vergründet einige diebkollegen nicht so ja haben gewonnen wo ich nie mein tor bekommen ist ungefähr gewesen sehr gut haben wir ein neuniger sieg naja ok ich hab' ein schillerbander, machen wir ihn mal an. Okay, ich würde sagen, eine Party haben wir ja noch, aber ich würde sagen, machen wir den, ne? So, letzte Partie! Das ist natürlich zwar ein Wacht. So, dass wir hören, rasen der Motor. So. So. Untertitelung. BR 2018 Ah, den hab ich ja nicht hingekriegt. Du kriegst den nicht hin. Genau. So, war Vorlage. Super. Bei mir egal, ob er sagt, von wegen No-Score. Mit dem anderen Modus. Flippi, wo habt ihr doch Leute, wenn du nicht alles scoren willst. Sei es nicht. Ach, Mann. Warum kriegt ihr nicht so gespielt? Einfach Dribbeln. Mann. Kann so schwer sein. Was ärgert mich jetzt? Aber ich hab kein Boost. So, war eigentlich wieder weggeschnappt. Der Boost wäre hoch. Oh, der findet mein Boost auch weg. Ach. Scheiße. Nicht mehr abgelenkt den Seiten. Ach, ärgerlich. Nicht mehr abgelenkt den Seiten. Ja, da komm ich auch nicht mehr hin. Ja, ich komm noch nicht hin, weil irgendein Boost geht da eh nichts zu holen. Malga, breit er ab. Das ist doch unfassbar. Dann breit er so ab von mir, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So ne Scheiße. Ah, war meine in hier. Hm. Hm. ich bin weggekommen wieder von anderen leuten her das ist ein Mist eine Verlängerung und dann noch ah, ärgerlich ah, dreimal die Verlängerung heute, ne? dreimal, neumal Glück gehabt, das habe ich bisher Glück gehabt aber ich nix, muss man erwarten ist ja vielleicht so, kommt zu uns, aber das war auch nicht gut ja, ich wollte nur rüberbringen, hat nicht ganz gut funktioniert kann man leider so sagen also, ich hoffe oh uff 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 guck, schreisse weggeholt jetzt geht er wieder zurück, oder? Na Okay Genau weg damit nächstes weg also geflogen und exklusen weg ist ja nicht mal gerade im channel punkte nach raus geflogen eine extra partie gibt es also die letzte verlängerung haben sie abgeschlossen und noch vor gemacht und dann habe ich das aber ist eingestört ach ich wollte ihn doch haben man bin die mir klaut da war es war ein das ist eine spielchen eben haben wir verkalkuliert das ist wie sowohl weg gerammt der mann man sieht das so aus auch meinen eigenen kollegen weggeräumt da kommt man das siehst du gar nichts das war jetzt die geben ich aber alle gewertig an die google her was ist das denn für eine scheiße und machen wir hier hin zu dritt machen wir hier zu dritt hin ach scheiße hey 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 aber die rolle gebracht das ist nur wie kann einfach die villa ist ja ein wenig punkte für gekriegt haben und das war so einer die punkte einmal ist es ja auf jeden fall was meines ist ja ich weiß das war extra muss ein bisschen frust jetzt ehrlich weil er mir die pucke lassen hat weil ich bin sauer habe einen kollektor weggeräumt wird der toxik hier auch wieder er mich wieder in meinem weggeräumt man und das heißt in der bahn oh so immer mal ein buch ach ja das war es dann kommen sie durch ein antwort das ist das lustpunkt was nun gewonnen naja jetzt ist jünger erreicht naja gut da war ja alles wie gewonnen heute also gut als vierte wissen wir nicht genau was damit passiert ist keine ahnung voraus geflogen auf jeden fall trotzdem der beste spieler von den und ja das hat gewesen sein mit rocket league heute da wird mir spaß daran denkt wie man die kommentare und dann die bewertungen noch an die glocke damit ihr wisst wann und wie es weitergeht denkt daran dass wir folgen können auf twitter oder facebook macht euch da zu bleiben ihr könnt beitreten im disco server zum quatschen kennenlernen spaß haben mit macht mich mit gestalten dort erfahrt jedenfalls alles was neues gibt noch viel mehr als in der video beschreibung und ich sage danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal